ich bin wieder da ja ich war jetzt eben die woche weg und das ist ein kleines Infovideo jetzt kommen wieder Videos, bis einschließlich Montag und dann bin ich mir noch nicht sicher vielleicht kommen dann weitere Videos also wenn dann ab Montag nicht so viele Videos kommen beziehungsweise keine wundert euch nicht vielleicht auch nicht wirklich so viel Zeit und ja jetzt kommen auf jeden Fall wieder ein paar Videos heute werde ich noch die restlichen Folgen von zwei Trucker wie wir aufnehmen also wo das euch liegt das ist glaube ich oh sorry das ist dann das sind dann die restlichen Folgen von der Aufnahme Sassy in Anführungszeichen von Veronix und mir also die nehme ich nicht heute auf sondern die habe ich schon aufgenommen bevor ich gegangen bin also bevor ich die Woche nicht da war ich hoffe ich habe das jetzt verstanden also ich nehme heute noch auf zwei Trucker wie wir das kommt dann vielleicht heute noch hoch oder dann halt morgen oder übermorgen je nachdem und das nächste kommt dann äh nimmt dann Raffi äh 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 auf jeden Fall äh 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 sie kommt dann also die nächsten keine Ahnung paar Folgen kommen dann wieder kommen dann auf Geronix seinem Kanal also es kommen jetzt nochmal zwei Folgen zwei Trucker wie hier glaube ich dann kommen noch mal zwei, drei oder vier ja die nehme ich dann auf kommen auf meinem Kanal und dann nimmt Geronix wieder auf und die kommen dann auf seinem Kanal jo sowas gut dann äh nächstes Video jetzt noch hochladen und ja dann gehen wir aus dem nächsten Video mit dem Fall zwei Trucker wie hier wird es mal sein und es kommen auch noch andere Videos es sind nicht nur zwei Trucker wie hier sondern Bobby aus Forrest und so Minecraft und alles ja das ist ja ganz überrasen auf jeden Fall bin ich jetzt wieder da hab mir eine neue Maus Mauskette und was zu tun ja ja dann habe ich heute noch ein Mikrofon bestellt es wird dann auch noch ankommen nächste Woche wahrscheinlich und jo dann macht's gut haut rein und ich bin raus sie und dann dann